Ah, loa! Und weiter im Text mit Jack3. Ich habe gestern die Aufnahme beendet, deswegen begrüße ich euch jetzt im Ladebildschirm. Äh, und auch sogleich nicht mehr. Denn, ja genau. Ich war mir, es war mir schon klar, dass ich nicht fertig werde und dementsprechend habe ich dann die Aufnahme beendet, weil es halt gestern schon nach 0 Uhr war, als ich aufgenommen habe. Also war es heute Morgen. Egal. Auf jeden Fall war es spät. Und damit ich euch jetzt nicht im, ähm, wieder am Anfang begrüße, aber auch nicht bescheißen muss, habe ich jetzt einfach mal beschlossen, dass ich dann Okay. Anders irgendwie anfange und ähm Ah ja, da habe ich ihm gerade was kaputt gemacht. Schön. Aha. Hilfe. Ah ja, ich muss hinter ihm fahren. Kann das sein? Ich fühle mich ja so ein bisschen, dass ich die... Ah. Ja. Okay. Oh Gott. Hallo, ich treffe doch, oder? Nee, ich treffe nicht. Das ist natürlich doof, wenn man nicht trifft. Aua. 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 Ähm. Leider noch viel zu viel zu treffen und ich glaube, er kommt viel zu schnell voran. Aua. Und es lag gerade auch so schön. Ja, die Leute, die Jack schon durchgespielt haben, Jack 3, die werden sich... Oh Gott, warum lag das gerade so? Das nervt mich gerade ein bisschen. Die werden sich jetzt wahrscheinlich an den Kopf fassen. Also sich sagen, ey, du bist so dumm, ey, Sharon, das geht ganz anders. Aber ich laufe gerade relativ gut damit. Bin nur hoffen... äh, hoffentlich. Ich bin nur... Ich fürchte zu langsam. Aua. Oh, wow. Ja, komm. Nee, 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 nicht weg. Nicht weg. Ja, komm. Genau. Was kommt denn da jetzt angefahren? Was war denn das gerade? Da war doch gerade was Grünes auf der Map. Ich hab's genau gesehen. Ah ja, okay. Aua. Aha. So, jetzt ist da noch was. Okay. Die Dinger explodieren. Ich hab nur noch drei. Ich muss nur noch drei... Oh. Oh Gott. Oh nein. Daran soll's doch bitte nicht scheitern an dieser blöden Wüstenstadt. Ich fahr außen rum. Oh Gott. Nur noch drei. Nur noch drei. Nur wo? Bis in den Tod, hat Jack gesagt. Bis in den Tod. Oh Gott. Hier, da sind noch irgendwo welche. hier. Mhm. Oh Gott. Ja, ich seh's. Aber... Oh Gott. Ich bin grad ein wenig abgelenkt, weil ich diese blöden Füßchen nicht finde. Oh Mann. Ich seh nichts mehr leuchten. Aua. Aua. Hier muss doch irgendwo noch ein Leuchtedings sein. Da. Ich hab's genau gesehen. Ah, shit. Ich fürchte grad so ein bisschen, dass ich den nicht erwische, wo ich ihn erwischen will. Ich bin jetzt genau richtig. Genau da, wo angeblich noch die Leuchtdinger sind. Oder bin ich am falschen Fuß? Ah, Mist. Ah, da. Ich bin... Ah, super. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Er hat bald die Stadt erreicht. Nein, und ich werde sterben. Ich werde nicht sterben. Ich bin nicht gestorben. Okay. Er wird die Stadt erreichen. Ich seh's jetzt schon kommen. Oh nein. Oh nein. Bitte nicht. Ich muss vorhin fahren und nach hinten gucken. Das, was ich die ganze Zeit immer falsch gemacht habe. Das muss ich jetzt machen. Ah, das kann ja lustig werden. Das war falsch. Ich kann nicht nach hinten zielen, ne? Oh Gott. Ich kann nur nach hinten gucken. Das ist ja brillant. Oh je. Das habe ich überlebt. Das ist ja interessant. Aber ich kriege ihn nicht mehr rechtzeitig. Er läuft doch zur Stadt, ne? Oh Gott. Oh, das würde mich so mega abfacken, wenn ich das jetzt nicht schaffe, weil ich hier so rumblödel. Also eigentlich blödel ich ja nicht mal rum. Ich erwische bloß nichts mehr, weil die letzten blinke Dinger vorne sind und ich mich nicht rechtzeitig umdrehe. So. Jetzt bewegt er gleich sein Bein. Ach Mist. Ich bin spät umgedreht. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Aua. Wie hätte ich da denn ausweichen sollen? Oh Mann. Oh Gott. Und jetzt leckt es schon wieder so. Mhm. Und ich habe auch keine Energie mehr. Aber da kriege ich gerade welche. Schön. Oh je. Oh je. Das kommt mir sehr bekannt vor dieses... Ich fahre jetzt vor ihm. Soweit mir das gerade möglich ist. Ja, 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 ja. Nein, nein, nein. Ja. Nein. Mist. Ich habe es nicht erwischt. So. Ja. Jetzt lass mich vorbei. Oh nein. Oh nein. Den einen Fuß kriegen wir. Ich bin gerade voll aufgeregt. Ich will das... Ich will da nicht scheitern jetzt, ne? So, da ist er. Nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Ich fahre gleich außen rum. Ah ja, okay. Er scheint im Kreis zu laufen. Ich habe also... Ich scheine es nicht eilig zu... Ah Mist, da war der Fuß. Ah, ich habe es fast geschafft. Fast geschafft. Jetzt bloß nicht kaputt gehen oder sterben. Ich muss ein bisschen auf offenes Feld hoffen. Und hoffen, dass ich nicht kaputt gehe. Das ist ja doch... Oh nein, ich war zu nah dran. Verdammter Shit. Okay. Wo setzt du den Fuß hin? Da. Das ist jetzt meiner. Oh nein. Ich bin zu nah dran. Jack, könntest du bitte... Oh, ich bin... Nein, 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 nein. Wir das machen... Damit fangen wir gar nicht erst an. Dass ich mich hier jetzt wieder aufregen muss. Oh nein, Shit. Oh nein. Ich bin falsch gefahren. Ich will jetzt hier aber auch nicht runterfallen. Oh nein. Und ich habe gedacht, ja, da bin ich mal ganz klug und fahre seinen blöden Fuß nicht hinterher. Da war ich mal ganz dumm. Hoffentlich kommt jetzt nicht so was von wegen, du hast deinen Gegner verloren. Da würde ich ja mal mega... Mich mega aufregen. Und oh Gott. Mein... Ah, Shit. Das darf nicht passieren. Oh, ich... Ich sehe es schon kommen. Ich werde sterben, weil mein Auto kaputt geht. Ich bin gerade so irre angespannt. Das gibt es gar nicht. Aber da ist er wieder. Da ist er. Dich kriegen wir. Dich kriegen wir. Das war jetzt nötig? Natürlich war das nötig. Ach, Manu. Da könnte ich mich jetzt gerade voll aufregen, aber das war meine Schuld. Weil ich jetzt zu ungeduldig war. Naja, gut. Machen wir den ganzen Spaß nochmal von vorne. Und werden erstmal nicht hinterherfahren, also... Sondern versuchen, ihn von vorne erstmal anzugreifen. Was gerade schwierig ist, weil er ja erstmal in die andere Richtung läuft. Ähm... Ja, es ist ja schon mal gut zu wissen, dass der Typ nicht... zur Stadt läuft. Dass ich es also erstmal nicht so mega eilig habe. Wow. Mich befürchtet hatte. Könntest du bitte Gas geben? Danke. Ja, da konnte ich gerade nicht wegfahren. Der hat mich ja umgeschutzt. So, Jack, zielen wäre jetzt auch ganz großes Kino, ganz große Klasse. Da wäre ich sehr glücklich drüber. Ja, ich sehe schon. Und da. Jo. Mhm. Ah. Okay, er lässt die Stadt offensichtlich sehr in Ruhe. Hilfe. Hilfe. Uh. So. Komm schon. Ja. Ja, super. Das Schwierige an der ganzen Geschichte ist, sich hier auf die Füße zu konzentrieren. Wow. Und gleichzeitig auf die Umgebung. Ich habe gerade Irre gespuckt beim B. So. Was bist du denn für einer? Du warst doch eben noch nicht da. Ja, super. Aber, wow, das geht ja viel schneller gerade als vorhin. Das habe ich übrigens nicht gesagt. Wie ich nur mal so festgehalten habe. Weil sobald man anfängt, so etwas zu sagen, merkt sich das Spiel das und denkt so, ich mache dich voll fertig. Ja, und der letzte Fußpunkt auch noch nach hinten. Super. Ha! Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ...douche! 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 Oh, was? Es geht noch weiter? Moment, Moment, Moment! Nein, 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 nein! Stopp! So, wir sehen uns dann im nächsten Part von Jack 3 wieder. Oh, worry!